Wie kann das Lernen neuer Informationen eigentlich erklärt werden? Vermutlich denken Sie daran, dass Sie Lerninhalte in Form von Wissen in Ihrem Langzeitgedächtnis ablegen. Denn darin finden Sie eine scheinbar unendliche Menge von Informationen, die Sie bei Bedarf im besten Fall jederzeit abrufen können. Und tatsächlich, eine wesentliche Eigenschaft des Langzeitgedächtnisses ist, dass es, zumindest theoretisch, keine natürlichen Begrenzungen hat. Sie müssen also nicht befürchten, dass dieser Wissensspeicher einmal voll ist. Aber findet Lernen deshalb auch alleinig im Langzeitgedächtnis statt? Nein, und darin liegt auch das Problem am Lernen. Es gibt keinen direkten Weg für unsere Lerninhalte in dieses Gedächtnis, denn es arbeitet nicht allein. Eine mindestens genauso wichtige Komponente für das Lernen stellt das Arbeitsgedächtnis dar, das, im Gegensatz zum Langzeitgedächtnis, unglücklicherweise kapazitätsbegrenzt ist. Im Arbeitsgedächtnis werden die Informationen, die gerade bearbeitet werden, kurzzeitig zwischengespeichert und weiterverarbeitet. Dabei hat das Arbeitsgedächtnis einen direkten Draht zum Langzeitgedächtnis und fragt dort an, ob schon Vorwissen zu den derzeit bearbeiteten Informationen vorliegt und wo die neuen Informationen gegebenenfalls gut untergebracht werden könnten. Mit dieser Aufgabe ist das Arbeitsgedächtnis die Schnittstelle zwischen unserer Wahrnehmung und unserem internen Langzeitspeicher. An dieser Schnittstelle entscheidet sich, was wir lernen und was nicht. Wegen seiner Kapazitätsbegrenzung stellt das Arbeitsgedächtnis die entscheidende Komponente als Antwort auf die Frage nach dem Ort des Lernens dar. Denn nehmen wir bestimmte Informationen wahr, dann können leider nicht alle Informationen, schon gar nicht alle parallel bearbeitet und nicht alle Informationen direkt im Langzeitgedächtnis abgelegt werden. Versuchen Sie doch einmal, sich eine Telefonnummer zu merken. Dank Ihres Arbeitsgedächtnisses gelingt Ihnen das meist für einen kurzen Zeitraum, gerade lange genug, um die Nummer in Ihr Handy zu tippen. Machen Sie das Gleiche aber mit einer Nummer mit zu vielen Stellen, zum Beispiel einer fremden IBAN, dann schaffen Sie es ohne den Einsatz von Gedächtnisstrategien nur selten, diese Nummer lange genug im Arbeitsgedächtnis zu halten. Ein Beispiel, in dem sich die Kapazitätsbegrenzung dieses Gedächtnisses und seine Bedeutung für das Lernen zeigt. Die Erkenntnis über die Begrenzung des Arbeitsgedächtnisses haben John Sweller und Kollegen zum Anlass genommen, mit ihrer Cognitive Load Theorie genauer zu erklären, wie es zu den B- und Überlastungen dieses Gedächtnisses kommt. Ein zentrales Ziel dieser Theorie ist es, Hilfen für die Gestaltung von Arbeitsgedächtnis entlastenden Lernprozessen zu geben. Sweller und Kollegen nehmen an, dass Informationen im Langzeitgedächtnis in sogenannten Schemata abgespeichert werden, und zwar entweder in bereits vorhandenen oder neu anzulegenden. Schemata sind kognitive Einheiten, in denen mehrere Informationen zusammengefasst und einander zugeordnet sind. Wenn neu eintreffende Informationen zum gleichen Schema gehören wie bereits bekannte, dann können die neuen an die alten angedockt und besser behalten werden. Je weniger Vorwissen vorhanden ist, je weniger Schemata also bereits bestehen, desto mehr ist allerdings das Arbeitsgedächtnis, das ja kapazitätsbegrenzt ist, gefordert, und desto länger braucht die Informationsaufnahme. Damit Schemata möglichst reibungslos gebildet werden können, so nehmen Sweller und Kollegen ferner an, sollte das Arbeitsgedächtnis nur so stark beansprucht werden, wie es für das Lernen nötig ist. Darüber hinaus muss es aber, vereinfacht gesagt, frei von Belastungen gehalten werden, damit Lernprozesse ermöglicht werden. Aber was sind notwendige und was sind unnötige Belastungen des Arbeitsgedächtnisses? Sweller und Kollegen unterscheiden drei Arten von Belastungen, deren Summe die Gesamtkapazität des Arbeitsgedächtnisses nicht übersteigen kann. Extrinsische Belastung entsteht durch die Gestaltung und Darstellung des Lernmaterials. Schwer verständliches Lernmaterial, Material mit irrelevanten Informationen und insgesamt Material mit vielen unstrukturierten Elementen führt zu einer hohen Belastung des kapazitätsbegrenzten Arbeitsgedächtnisses. Ist das Material dagegen leicht verständlich und logisch aufgebaut, sodass Informationen rasch auffindbar sind, dann ist die extrinsische Belastung niedrig. Bei der Gestaltung ihrer Lernmaterialien sollten Sie dringend vermeiden, extrinsische Belastung zu erzeugen. Intrinsische oder essentielle Belastung ist durch die Lerninhalte selbst bedingt. Ist das Vorwissen gering und eine Aufgabe komplex, müssen also viele Elemente in einen Zusammenhang gebracht werden, dann ist diese Belastung hoch. Auch diese Belastung sollte gering gehalten und durch eine angemessene Berücksichtigung des Vorwissens optimiert werden. Das ist allerdings nur möglich, indem Sie die gestellte Aufgabe inhaltlich variieren. Schließlich ist die germane oder generative Belastung eine lernförderliche Belastung, die für das Verständnis des Lernmaterials und damit den Lernprozess selbst notwendig ist. Diese Belastung sollten Sie möglichst hoch halten, indem Sie die Lernenden zum Beispiel kognitiv aktivieren.